Recht herzlich willkommen zur Folge Nummer 32 von Towns, die zweite Runde. So, da sind wir wieder drinnen, gucken wir mal was wir machen, beziehungsweise gemacht haben. Wir waren zuletzt irgendwo beschäftigt. Ach ja, hier hatten wir was gemacht. Und vor Ende hat es hier gejingelt, da hatten wir noch einen Heldenmeer bekommen. Äh, ja. Jetzt müssen wir nur gucken. Äh, ja, da sind wir noch im Bau von lauter Wänden, was natürlich jetzt viel Zeit in Anspruch nimmt. Hier hinten, ah, da hinten des Dingens. Äh, das Feld schon angelegt, das heißt, wir sollten vielleicht nochmal gucken, dass wir noch eine zweite Reihe dahin kriegen. Äh, warum geht das nicht? Wenn ich tiefer gehen? Naja. Dies ist schon... Ach, das war der Falsche wahrscheinlich, ne? Jetzt passt's. Da kommen wir in die dritte... Ah, keine Shift-Taste gedrückt. Alles klar. Und die dritte Reihe da auch hin. So, und hier müssen wir nochmal gucken, dass wir da... ...Cutweed, geht das? Was macht er dann? Ja, die ernten ja sowieso alle, ne? ...Cutweed-Siedling, was macht er dann eigentlich? Gute Frage, ne? Also, die sind jetzt alle schön, äh, am Umgraben, wie man sieht. Das ist auch gut so. Dann machen wir hier mal schon mal... ...das nächste. Wäre schön gewesen, wenn sie alles gemacht hätten, haben sie aber nicht. Hier läuft's auch nicht so richtig. Na ja, gucken wir mal gerade rein. Ah, da ist schon was gesetzt worden. Ne, das war falsch. Das ist richtig. Sechs Brote, Äpfel und Birnen sind reichlich da. Happiness ist 21 von 32. Das hat gut geklappt schon. Getreide ist gepflanzt, ne? Und der geht jetzt da weg und dann können wir das umraben, oder? So, cutten wir das alles. Dann müssten wir das ja so wegkriegen. Cut, cut, cut. Und weg ist es. Na, dann hat er das jetzt da gelassen. Okay. Gut, das passiert aber auf jeden Fall. Hier hinten... Ah, da ist noch einer. Und dann passt das schon. Oh Gott, das erste wird schon abgeerntet hier. Okay. Da holt schon einer das nächste und pflanzt das. Ah, ja, wird hier sogar schon abgeerntet. Wunderbar. Das kann weg. Jetzt schon wächst schon ganz schön schnell, ne? Ja, und sie holen es von hier in den kürzeren Weg. Ist vielleicht auch besser so, ne? Ja, da wird umgegraben, auch schön. Na, wird fertig. Okay. Das kann alles weggemacht werden, dann. Okay, da graben wieder welche was um. Kann man gleich richtig machen. Okay, das letzte können wir da gerade drauf warten. Dann haben wir die Reihe auch fertig, ne? Und die beiden auch noch fertig. Gut. Da haben wir schon mal angegeben, dass das weg soll. Cut. Cut. Auch. Noch mehr. Weg damit. Gut, das ist okay. Ah, hier ist ein bisschen was in... Ne, hier unten ist, glaube ich, was passiert. Da haben sie schon mal hingesetzt. Also läuft auch. Wie sieht es hier aus? Okay, da fehlen noch zwei... Stellen. Wo das hin muss, aber wir müssten mal gerade... Ne, Steine sind ja noch hier, also müssen Steine da sein. Holz... Holz... Das ist Holz ein Problem, aber es ist nicht gefällt, ne? Hm, das ist nicht gut. Hier ist die Produktion am Laufen. Da müsste eine Tür hin, ne? Die können wir eigentlich auch mal einsetzen. Die ist hier, wenn... Die ist hier, wenn... So, passt's. Das kommt weg. Das ändern und das auch ändern. Das ist schon alles abgeerntet. Das sieht alles gut aus. Hier oben ist das auch weggemacht worden. Das heißt, wir können hier schon wieder neu machen. Ausgeschaltet wieder, hat wieder gut geklappt. Zwei weitere Reihen bestücken. Klammern wir hier eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht rein. Okay. Das passt alles. Da gräbt einer das auch schon zurück um. Da muss das so gemacht werden. Der kann auch noch... Und so wird das hier immer weniger. Das ist auch gut so, ne? Da und da. Den auch noch. Jetzt ist hier gerade ganz viel gewachsen, ne? Ja, läuft gut eigentlich hier mit dem Getreide. Der wächst wie bekloppt. Wie sieht's hier hinten aus? Da ist man nicht umgegraben. Wäre schön, wenn das auch noch passiert. Ja, das wird. Manchmal ernten sie ab, ohne dass ich's dann... Ja. Passt aber schon. Auch gut. Da ist auch noch einer. Und da ist auch noch einer. Der geht wahrscheinlich auch weg. Der auch noch. Das ist dann alles ausgewählt. Ja. Ja. Hier ist noch einer. Der ist gerade dazugekommen. Ah, der auch. So, wie sieht's hier hinten aus? Schon was a. Es gräbt hier mal gerade um. Das ist auch gut. Wäre schön, wenn's mehrere machen. Dann... ...müssen wir nicht immer einen einzelnen machen. Die dicke Kuh steht da gerade drauf. Weg. Alles weg. Joa, läuft. Der ist auch weniger. Hier sind noch ein paar Stellen fertig. Die können wir noch ummähen. Da ist auch noch einer. Da auch. Das passt. Alles weg. Das zum Hummus wieder gemacht. Hier zwischen fehlt glaube ich noch einer. Und das summt auch in die Wege. Oh, da ist noch einer. So, das kommt auch alles in die Verlosung. Passt. Das weg. Der auch. Da haben wir alles gemacht. Da sieht's gut aus. Diese zwei können noch weg. Passt auch. Alle anderen sind ausgewählt. Und der kann noch da aufgemacht werden. Genauso wie der auch. Der kann Cutweed sein. Und der auch. Wie sieht's hier hinten aus? Ja, da passiert schon was. Da haben wir besser noch zwei hingepflanzt. Genauso wie da. Hier kann auch was umgegaben werden. Dort auch. Da auch. Dort auch. Da sind auch noch drei. Da sieht gut aus. Da passiert schon wieder was. Der weg. Ich glaube, eine Reihe machen wir dann noch dahin. Der weg. Der weg. Genau so wie diese da auch. Passt. Ja. Ja, ich denke, mit einer Zeit geht das Blaue weg, ne? Kommen wir auf jeden Fall so vor. Da kann auch einer weg. Und da ist wieder neuer gepflanzt worden. Manchmal funktioniert's, manchmal funktioniert's nicht. Da kann's auch umgedreht werden wieder. Passt. Das machen die neuen Regionen. Okay, da ist jemand und gräbt wieder um. Fünf Brote sind da. Na, komm, dann setzen wir den da noch gerade hin. Na, jetzt sind sie alle hier, oder wie sehe ich das? Das war jetzt verkehrt. Passt. Gut. Cutbreed. Das ist alles so, wie ich's haben möchte. Hier kann auch wieder Cutbreed gemacht werden. Und da auch. So, da passiert was. Hier hätte ich jetzt gerne noch drei, die diese Felder machen, damit wir die auch noch bepflanzen können. Aber kommt grad keiner, ne? Außer, dass da jetzt gerade geerntet wird. Tja. Okay, hab ich jetzt gedacht, aber ist nicht so. Ah, da, der Baum wird abgerissen. Dann können wir definitiv hier nur ne Fünferreihe machen. Und das war auch erstmal die letzte. Gut, Holz wird geholt. Der eine passte nicht. Dann machen wir den mal noch hinterher. Gut, okay. Hier sieht's ganz schick aus eigentlich. Da auch noch einer. Da auch noch einer. Läuft. Der auch noch. Wird hier immer weniger, das ist gut so, ne? Okay. Steinlager ist voll. Gucken wir mal grad einmal unten vorbei. Das macht's hier hinten. Ja, da sind noch ein paar Stellen, die wir auch noch machen können. Steine sind auch genug da. Hier sieht's in der nächsten Etage aus. So. Hier sind Leute, die was entdecken, aber... Okay, da laufen wohl gerade auch welche hoch. Also gut geklappt. Da wird gerade ein Held oder sowas mit hochgezogen. Hier wird auch schon weiterentdeckt. Auch gut. Genauso wie da. Gut, okay. Ja, und hier sind sie. Da sind sie. Ah, hier wird auch gekämpft. Passt aber. Ja, und dann würde ich mal sagen, mit dem Kampf hören wir hier mal gerade auf. Da werden sie auch alle anderen auch noch angegriffen. Passt. Hier läuft noch einer lang. Der wird gerade hier von der fleischfressenden Pflanze angegriffen. Gut, dann würde ich aber sagen, soll's für die Folge wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.